Unscherchtze oder der Klöberbrot scherchtze? Er ist nie gewesen schwer, aber zum Kriegen rar. Mögen hat ihn jeder, ob's Usche, das Mare, der Hans oder Peter. Das Scherchtze von so einem Klöberbrot hat einen besonnen sein Gott. Und wie es halt im Leben so ist, ist gerade um etwas eine Krise, wo es nicht viel gibt davon. Die Klöberbrot scherchtze. Einer vorne, einer hinten. Und hat noch erst einer, gibt ihn keiner mehr her. Ein Team ist mit den Scherchtze gar gescheu. So mancher Scherchtze hat einer gestohlen und ist gewesen, hat mit einem Bus zurückzuholen. Wir werden den Brauch von alles beleben. Es wird euch heute auch noch ein paar Unscherchtze geben. Wenn nein, nachher ist es richtig schade. Dann sind sie die gute Zeit, den Braucht noch mehr hat. Und... ... ... ... ... ...